Die Verbindung von speziellen Hölzern, Unikat, zusammen mit Diamanten, von Technologie, höchster Technologie und von sehr reinen Metall. Das alles in einer kunstvollen Form in Harmonie gebracht, das ist was die Füller einzigartig macht. Meine Idee ist, dass eine Person den Luxus aus sich leisten kann, ein solches Holz zu wählen, das eigentlich seinem Lebensbaum entspricht. Das passt genau zu ihm das Holz, sei es das Holz oder sei es das Holz, er kann genau das auswählen. Es war mein Ziel, für jeden zu versuchen, seine Füller zu machen, welche er sich wiederfindet in der Struktur des Holz. Metall ist wie Holz ein Urelement. Es ist etwas, das nicht künstlich ist, sondern es ist etwas Urliches. Das fasziniert mich. Die Edelsteine sollen dann das Holz noch etwas schmücken. Und zwar soll der Edelsteine das unterstützen, was das Holz aussieht. Zum Beispiel die Hand hier. All diese Ornamente werden von Hand gemacht. Und die sind alle 100% aus Gold. Ich habe dort zum Beispiel einen Falkenkopf gemacht. Der gefällt mir eigentlich selber so gut, dass ich das gar nicht verkaufen will. Und hoffe, im Innersten, dass er ihn eigentlich nie mehr kauft. Es ist Gestalt einer Frau und es ist ein Mann. Der hat einen Clip. Er kann als Begleiter immer mitgehen, wo immer der Schreibende hingeht. Mein Ziel ist, so viel wie möglich den Wunsch des Kunden zu erfüllen. Ab sofort hinterher. Untertitelung des ZDF, 2020